Das Max-Offels-Festival in Saarbrücken. Jedes Jahr jubeln 16 junge Nachwuchsfilmer über ihre blauen Herzen. Denn mit dem Oscar aus dem Saarland kann man längst auch international durchaus glänzen. Dabei hatte alles einmal so, nun ja, unaufgeregt begonnen. Im Saarbrücker Rathaus-Festsaal wurde gestern erstmals der neu geschaffene Max-Offels-Preis an Nikolaus Schilling vergeben. Schilling erhielt die Auszeichnung für seinen neuesten Film, der Willi-Busch-Report. Den Dank an alle, die dazu beigetragen hatten, einen solchen Filmpreis in der Geburtsstadt von Max-Offels zu schaffen, würdigte Oberbürgermeister Oscar Lafontaine. Im Nachhinein geben kann. Besonders ausgelassen wirkt es nicht, das erste Saarbrücker Filmfestival im Namen von Max-Offels, das der damalige Kulturamtsleiter und Filmfan Albrecht Stubi ins Leben gerufen hatte. Doch immerhin, 700 Menschen kamen in das winzige Kino, schauten eine Handvoll Filme und diskutierten bis spät in die Nacht darüber. Am letzten Morgen verkündete dann der Filmkritiker Peter W. Jansen mit kratzigem Pullover und kratziger Stimme das Votum der ersten Wettbewerbsjury. Sie vergibt den Max-Offels-Preis 1980 einstimmig an Nikolaus Schilling für den Film der Willi-Busch-Report. Am Glamour der Veranstaltung und an der Verjüngung des Publikums wurde seither kontinuierlich gearbeitet. Geblieben sind die blauen Herzen, die Begeisterung für den deutschen Nachwuchsfilm und eine gewisse Vorliebe für kratzige Wolle, selbst bei den Preisträgern.